Papa, was ist denn, wenn in 20 Jahren der Wald nicht mehr existiert oder alle Bäume krank sind? Fragt mich meine knapp 8-jährige Tochter während einer Reitstunde im schönen Sauerland in unserem kleinen Urlaub. Ich weiß nicht, was ich antworten soll. Mir schießen tausend Gedanken in den Kopf, doch es fällt mir schwer, einen kühlen Kopf zu bewahren. Mir kommen die Tränen und ich verdröste meine Tochter mit einer Antwort auf ein anderes Mal. In diesem Podcast, merkst du, geht es um eine Frage nicht von einer Zuhörerin oder eines Zuhörers, sondern von meiner kleinen Tochter. Und ich spreche über den Zustand dieser Welt. Ich spreche über das Klima, ich spreche über unseren Konsum, ich spreche über unsere Proteingier und du erfährst auf jeden Fall, was Protein damit zu tun hat. Ganz am Ende des Podcasts, hör da auf jeden Fall rein, denn dort geht es auch um die Lösung. Ich möchte heute einen positiven Podcast mit einem kleinen Blick auf die Realität geben, um dann wieder mit richtig voller Power durchzustarten, so wie ihr es von mir kennt. In diesem Sinne, bleibt dran für diese spannende Episode. Willkommen im vegan-Podcast mit der Nummer 1 für vegane Ernährung in Deutschland. Hier ist dein Christian Wenzel. Hier ist wieder dein Mr. Broccoli. Wie gut geht es dir? Ja, ich hoffe doch hervorragend. Ich habe mich wieder erholt von dieser Frage. Es war wirklich heftig, denn wir sind während einer Reitstunde durch den Wald geritten und haben die Bäume uns angeschaut und jeder Bäume war krank. Es war selbst für unser ungeschultes Auge ganz klar ersichtlich, dass es diesen Bäumen nicht gut geht. Und meine Tochter hätte mich auch fragen können, warum brennt denn der Amazonas-Regenwald? Warum schmelzen die ganzen Polarkappen? Warum gibt es so viele Hurricanes? Warum geht unsere Klimaerwärmung so rasch voran? Der Hunger auf der Welt steigt drastisch, die Meere sind mehr verschmutzt und, 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 und. Ich würde die Liste endlos fortführen. Es wäre ja nicht so schlimm, wenn wir Menschen davon auch nicht krank werden würden. Doch wir tun es. Denn wenn unsere Welt drumherum brennt, dann brennt es auch in uns. Und ich habe zwei Kinder neben meiner Mia, die fast acht Jahre jetzt ist, auch noch die Meila mit knapp zwei Jahren. Und ich mache mir oft Gedanken darüber, wie sie wohl leben, wenn sie so alt sind wie ich. Ich wurde letzte Woche 38 und wir sind zu meinem Geburtstag auf einen Bauernhof gefahren, das ich meinen Kindern geschenkt habe. Denn meine Tochter wollte schon immer mal reiten. Sie wollte auf so einen Spielbauernhof gehen und das habe ich ihr ermöglicht. Aber während wir im Wohlstand baden und auf nichts verzichten wollen, leben wir auf Kosten der Umwelt und der weiteren Generationen. Denn deshalb ist es mir eine Herzenseingelegenheit, darüber Worte zu verlieren. Denn auch unsere Proteingier macht genau diesen Unterschied. Warum drücken wir noch Soja und Getreide durchs Schwein, nur am Ende das Schwein zu essen, wenn wir nicht schon aus Soja und Getreide dieselbe Wurst oder dasselbe Steak machen können? Rügenwell der Mühle macht es zum Beispiel vor. Das ist jetzt kein Podcast, der gesponsert wird von Rügenwell der Mühle. Doch ich habe sehr große Aktien in deren Chef Gordon, der die vegane Expansion derart vorantreibt, dass es wirklich schon fantastisch ist. Und ich denke, dass die rein pflanzliche, also vegane Ernährung einen wesentlichen Beitrag dazu beiträgt, die Ressourcen zu schützen, die Umwelt nicht zu belasten und die Gesundheit der Menschen zu optimieren. Denn schon 2 Grad mehr, 2 Grad Klimaerwärmung mehr, bedeuten in Afrika mancherorts um 6 bis 8 Grad. Stell dir das vor. Vertrocknet dort die Ernte, droht eine gigantische Migrationswelle. In Afrika wird sich die Bevölkerung bis zum Jahr 2100 auf 4,4 Milliarden Menschen vervierfachen. Kannst du dir das vorstellen? Die sind die wahren Probleme, über die wir reden müssen. Und es geht nicht so weiter, dass wir in unserem Konsum nicht einschränken. Wer in der heutigen Zeit noch immer die, ich will mir alles gönnen und mir ist alles egal, wo es herkommt und wie es hergestellt wurde, Mentalität hat, hat aus meiner Sicht ganz klar nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ja, vegan und vegetarisch lebende Menschen sind immer noch ein verschwindend kleiner Anteil unserer Gesellschaft. Und deshalb sage ich, die Proteingier, der Hunger nach Fleisch, Fisch und auch Milchprodukten, beuten unseren Planeten derart aus, dass die Schäden fast nicht rückgängig zu machen sind. Ich verlinke dir ein Buch, das heißt 10 Milliarden, das hat mich echt durchgerüttelt, als ich das gehört habe. Du kannst es auch kostenlos im Audible-Abo dir hören, alle Links findest du in den Shownotes. Aber wenn ich dann bedenke, wenn meine Kinder 20, 30 Jahre älter sind, wie sie dann leben müssen, ob sie überhaupt noch leben können, das macht mir eben ganz klar Gedanken. Und ich sage mal, der Hunger nach Protein ist natürlich nicht das ganze Problem. Natürlich gibt es einen Haufen Plastik, natürlich gibt es viele, viele andere Probleme, dass zum Beispiel mit Weizen gehandelt wird. Und vieles, vieles mehr. Ich möchte nicht jetzt jedes Ding aufmachen, doch Ernährung ist mein Steckenthema und da kommt das Thema Protein natürlich her. Warum brennt der Amazonas Regenwald? Weil wir immer mehr Soja anbauen wollen, weil wir immer mehr Palmfett anbauen wollen für unsere Nahrung A, B für die Nahrung der Tiere, für die Nahrung der Rinder. Deshalb müssen Regenwälder geholzt werden, dass Rinder aufgezüchtet werden können, die ein elendiges Leben haben, nur dass wir sie am Ende dann essen. Und das darf, meine lieben Leute, auf keinen Fall mehr sein. Und deshalb möchte ich aber auch hier nach vorne schauen. Und zwar jede Woche in meinem Newsletter. Wenn du noch nicht eingetragen bist, trage dich auf jeden Fall ein. Link dazu findest du in den Shownotes. Dort findest du ab sofort jede Woche einen Tipp, wie du deinen Konsum nicht zu stark einschränken kannst, aber trotzdem unterstützt, diese Welt ein Stück besser zu machen. A, indem du die richtigen Lebensmittel isst, die ich dir dann eben auch als Tipp gebe. Und B, Firmen unterstützt und dort deine Lebensmittel kaufst, die einen Beitrag zum Umweltschutz beitragen, weil sie nachhaltig wachsende Rohstoffe benutzen, weil sie auf regenerative Energien setzen, in der Produktion beispielsweise oder und oder, weil sie zum Beispiel Bäume pflanzen mit jeder Bestellung, die du aufgibst oder weil sie Menschen helfen. All das gibt es in Zukunft in diesem Podcast und es gibt tolle, es gibt wirklich tolle Unternehmen und die möchte ich noch mehr unterstützen. Das sind meine Partnerunternehmen und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann schau auf jeden Fall in die Shownotes rein. Ein Tipp, welches Produkt du jetzt sofort optimieren kannst, das gebe ich dir jetzt noch in diesem Podcast und ansonsten habe ich dir einen ganz, ganz ausführlichen Bericht in die Shownotes gehauen, auf unserem Blog, wo du dich auf jeden Fall mehr damit befassen kannst. Ja, schauen wir nach vorne. Ich strebe immer nach Win-Win-Win-Win-Situationen. Also viermal Win, einmal der Benefit für dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörerinnen, darf rausspringen. Der Benefit für den Kunden darf rausspringen, zum Beispiel von dem Unternehmen oder für letztlich deine Nachkommen. Der Benefit für die Umwelt und die Natur darf rausspringen und natürlich darf auch ein Benefit für mich rausspringen. Und dementsprechend kommen wir zum Thema Eiweiß. Eiweißpulver ist eines der meistgenommenen Lebensmittel- oder Nahrungsmittelergänzungen. Es wird immer wieder danach gefragt, welches vegane Proteinpulver empfiehlst du, soll ich eins nehmen und so weiter. Ich nehme es ab und zu als Genussmittel. Ganz klar, es muss mir gut schmecken, es muss tolle Werte haben, es muss bio sein, es muss nachhaltig sein und am besten Rohkost sein. Und da gibt es für mich im Moment meinen absoluten Spitzenreiter. Das ist VivoLife, der erste Anbieter mit rohem Pflanzenprotein und wirklich richtig viel BCAAs, welches nicht nur fantastisch schmeckt, sondern hervorragend für deine Gesundheit ist und unvorstellbare Ergebnisse liefert. Es ist 100% vegan, auf Schadstoffe und Schwermetalle geprüft. Erbsenprotein vor allem in ganz vielen Proteinpulvern, auch in Bioproteinen ist häufig mit Schwermetallen belastet. Es ist ein fermentiertes Protein, wird dadurch noch viel besser aufgenommen, ist dadurch besser verfügbar, hat Enzyme, hat probiotische Bakterien drin. Es ist Rohkost, roh verarbeitet, voller Mikronährstoffe. Es hat pro Portion 25 Gramm Protein und 6 Gramm BCAAs, also die essentiellen Aminosäuren, die gerade für den Muskelaufbau sehr wichtig sind. Es ist Kurkuma drin, um die Regeneration zu unterstützen. Und es ist Rechi-Pilz drin, welcher nachweislich die Lebergesundheit und die Gehirnfunktion unterstützt. Checkt es auf jeden Fall aus, die Geschmacksrichtungen Madagaskar-Vanille kann ich dir absolut ans Herz legen. Unglaublich lecker, unglaublich smooth, ein Traum von einem Proteinpulver. Das haben jetzt schon einige Leser von uns gekauft, alle waren begeistert. Plus du hast eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, wenn dir es nicht schmeckt, wenn es dir nicht bekommt. Selbst die leere Packung kannst du noch zurückschicken. Und jetzt kommt es, warum ich sie final auch hier erwähne. Ich werde nicht gesponsert für diese Episode, ganz klar. Sie pflanzen einen Baum für jede Bestellung, die du auf der Webseite angibst. Sie helfen Kindern, sie sind komplett nachhaltig in der Produktionskette. Und sie produzieren in England, also sehr, sehr lokal, nicht in Billiglohnländern. Und sie produzieren mit Ökostrom. Es ist alles komplett nachhaltig ausgerichtet. Und das ist doch geil. Bestelle dein Protein, pflanze einen Baum, genieße die 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie und vor allem genieße ohne Reue. Und das sind doch die Lösungen, die wir für unsere Welt heute brauchen, meine Damen und Herren, würde ich jetzt schon sagen. Und genau diese Lösungen, die für alle ein Gewinn sind, die möchte ich euch in Zukunft hier, nicht nur im Podcast, sondern auch im Blog und vor allem im Newsletter präsentieren. Ich hoffe, du hattest ganz, ganz viel Spaß mit dieser Episode und ich hoffe, dass wir unseren zukünftigen Generationen auch in 20, 30 Jahren noch die Hand geben können und uns nicht vorwerfen lassen müssen, was haben wir denn mit dieser Umwelt angestimmt. In diesem Sinne, stay healthy, stay vegan, eat your broccoli and genieße dein Proteinpulver. Nächste Woche der nächste Tipp, lass es dir gut gehen. Alles, alles Liebe, dein Christian. Alles, alles Liebe, dein Christian.